Wir sind dann wieder bei der orangenen Rakete und so. Orange Rocket Google. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch ein sehr politisch belastetes Thema und ich habe immer schon ein Credo, gab es bei mir schon immer bei What About It, What About It is not a political place. Ich habe sehr viel mit den ganzen Trump- und Biden-Debatten zu tun gehabt in meinen Livestreams und das wird immer abgewiegelt, darum geht es bei mir, geht es um die Raumfahrt. Bei mir geht es genau darum, um den Ort, an dem das alles nicht existiert. Und ja, die NASA hat halt auch ein paar Baustellen, an denen verbessert werden muss. Das weiß jeder, der über das Thema so ein bisschen informiert ist und SLS gehört mit dazu. Es ist extrem über Budget, es ist extrem verzögert und es ist extrem veraltet. Und es ist meiner Meinung nach, und das sage ich da ausdrücklich davor, meiner Meinung nach gibt es inzwischen bessere Wege. Das heißt nicht, dass ich das Ding nicht starten sehen möchte. Ich freue mich riesig auf den ersten SLS-Start und ich hoffe, dass er dann doch auch irgendwann mal passieren wird, weil es wird ein absolut beeindruckendes Ding werden. Das ist also aus Ingenieurs-Sicht, wenn man alles andere außer Betracht lässt, ist es Wahnsinn, das Teil. Das wird irre. Hallo? Da freut sich also jeder, der Raketen mag, mit Sicherheit drauf. Aber vom Kostenwirtschaftlichkeitsfaktor her ist es halt natürlich extrem teuer. Und wenn man dann in der Lage ist, Raketen zu bauen, die jetzt schon zu 70 Prozent wiederverwertbar sind und in der Zukunft durch das Starship vielleicht sogar 100 Prozent wiederverwertbar, dann liegt natürlich die Frage nahe, ob man das nicht auch tun sollte. Und da ist die Antwort klar, ja. Aber auch die Etablierten ziehen danach. Ich hatte jetzt vor kurzem bei mir eine Episode gerade wieder ULA und Blue Origin drin. Blue Origin ist kein Etablierter, aber ULA definitiv. Das ist ein Zusammenschluss aus Boeing und Northrop Grumman, glaube ich. Glaube ich? War es Northrop Grumman? Glaube ja, auf jeden Fall ist Boeing mit drin. Lockheed, oder? Lockheed Martin, genau. Kann auch sein. Ja, es ist immer entweder Northrop Grumman oder Lockheed Martin. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht genau. Es ist ja auch, auf jeden Fall ist es ein absolut etablierter Spieler und selbst der zieht inzwischen nach und baut die Vulcan Rocket, die dann zumindest die Triebwerke verwendet und die wesentlich kosteneffizienter arbeitet, auch wenn sie nicht voll wiederverwertbar ist oder teilweise wiederverwertbar, ist sie ja dann irgendwann, aber sie ist halt kostengünstiger. Sie ist sowas von kostenoptimiert, weil ansonsten wären sie hinter SpaceX geblieben. Und das hat jetzt auch dafür gesorgt, dass die Department of Defense Verträge, die da verteilt wurden. Bis jetzt sind zwei Launches zugesichert worden, drei Launches. Zwei gingen an ULA und einer ging an SpaceX und der SpaceX-Lounge kostet etwa das gleiche wie die zwei ULA-Lounges, weil ULA extrem dran gearbeitet hat, die Kosten zu senken. Mit einer Delta wäre das nicht möglich gewesen. Überhaupt nicht. Da wären die zwei Launches bei 800 Millionen Dollar gewesen. Und sie schaffen es, zwei Launches anzubieten für 314 Millionen oder sowas. Ist immer noch eine steiver Stiefel, aber es geht runter. Es geht runter. Das ist das Wichtige. Und der Tory Bruno ist halt einfach eine coole Socke. Absolut. Space Cowboy. Ich mag den Kerl. Absolut. Elon Musk ist mehr so das lebende Meme und im Prinzip verarscht auch mal gern die komplette Nicht-Community so. Und während Tory Bruno ist ja irgendwie noch irgendwie alte Schule, aber irgendwie trotzdem cool und lustig. Und lebenswert. Also bei den NASA-Socials, wo YouTuber ja dann auch immer mal, bei den ESA-Socials ja auch, wo YouTuber dann immer mal die Möglichkeit haben, auch eine Einladung zu bekommen, kann ich dir übrigens nur sehr empfehlen. Ich bin beim Solar Orbiter-Lounge bei der ESOG in Darmstadt gewesen. Über einen ESA-Social. Und das war toll. Kann ich dir sehr, genau, genau, immer schön bewerben. Die nehmen dich tatsächlich mit. Da hast du die Möglichkeit, ins Herz zu gehen. Und da die Wissenschaftler zu befragen. Das war ein Wahnsinn. Das ist ganz, ganz toll. Schon zweimal habe ich das jetzt gemacht. Und ich werde es auch noch ein drittes Mal machen. Und da ist der Tory Bruno bei der NASA, bei den NASA-Socials auch immer wieder vertreten und geht einfach mit den Leuten mit und verteilt Kekse und freut sich, dass alle da sind. Und das macht ihn sehr besonders. Ich mag den Kerl. Das ist ein Sympathieträger, auf jeden Fall. Da sind wir beim Thema Sympathieträger. Also das bist du ja definitiv auch. Also ich glaube, die meisten Leute, die bei dir regelmäßig reinschalten, schalten rein, weil, ja, du bist einfach ein sympathischer Typ und man hat Lust, hier mehrere Stunden, was war der Rekord an Livestream? Zehneinhalb, glaube ich, ist das Längste, was ich je gemacht habe. Und danach bin ich auch nur noch tot ins Bett gefallen. Man hat da Lust zu, weil, ja, du einfach ein cooler Typ bist und man Lust hat, mit dir die Zeit zu verbringen. Und da hatten wir auf dem Discord so ein bisschen gefragt, von wegen hier, was wollt ihr Felix eigentlich so mitgeben? Also der Witz ist ja eigentlich, das wurde dann auch angemerkt, Felix ist doch nicht aus der Welt. Der macht dann seine Videos aus Florida und der schreibt mit uns aus Florida. Aber irgendwie war es schon so ein bisschen wehmütig. Oder dass du gesagt hast, oh ja, der geht jetzt aus Deutschland weg oder so. Und ja, und da haben wir so ein bisschen Wünsche gesammelt. Und da hat zum Beispiel Petschke geschrieben, ja, dass er dir eine gute Reise wünscht. Und dem Zitat, zurzeit ist ja das Netz so ganz einfach. Und da ist auch so die Frage, wie macht ihr das eigentlich? Also wie macht man einen Umzug in Corona-Zeiten? Schwierig. Es gibt zum Glück zumindest ein paar Sondergenehmigungen. Die USA hat momentan die Einreise ohne driftigen Grund aus Europa, außer aus dem Schengen-Raum, eigentlich komplett eingestellt. Man darf gar nicht einweisen, außer einreisen, außer man hat wirklich einen besonderen Grund. Zum Glück ist das Visum ein besonderer Grund. Ob das nur für die ganze Familie gilt, weiß ich aber allerdings noch gar nicht. Da sind wir momentan am Recherchieren. Es könnte also sein, im Mai oder Ende April, wenn es irgendwie machbar ist, weil da startet nämlich Crew 3 und das würde zusammenpassen, werde ich nach Florida fliegen, um Organisationsarbeiten für den Umzug zu machen, um da dann eben, wie gesagt, diese berühmte Firma zu gründen und auch erste Einstellungen, Einstellungsgespräche zu führen und solche Sachen, weil wir wollen da tatsächlich das Ganze dann auch vergrößern. Und das ist schwierig. Zumal meine Frau und meine Kinder ja auch mit sollen im Zweifelsfall und die haben dann keine Sondergenehmigungen. Und also es ist alles noch so ein bisschen in der Luft. Der aktuelle Plan ist, am 1. August feierlich den Schlüssel in Florida rumzudrehen. Aber ob das so klappt, das wissen wir noch nicht, weil es halt, wie gesagt, momentan eine sehr schwierige Situation ist. Apropos schwierige Situationen, ich habe von Martin ein Update bekommen, also das Pad ist zwar jetzt cleart, aber im Prinzip sonst ist noch alles ruhig. Okay, gut. Bisher, also bis eben standen da noch Autos rum und also jetzt so nur als kleines... Es kann durchaus sein, dass da heute noch was stattfindet, das wäre schön, ja. Genau, Static Fire wäre nett so, und irgendwie vielleicht... Ja, weil wie gesagt, dann kann Donnerstag eventuell tatsächlich der Flug stattfinden wieder. Und das... Mann, ich drücke die Daumen, dass das Ding diesmal landet. Patrick, einer unserer großartigen Mods auf dem Discord, der hat eine lustige Geschichte mit Whataboutit, und zwar, dass er lange Zeit nur Everyday Astronaut geschaut, bevor er dich entdeckt hat, und dann gab es dann irgendwann mal zufällig diese Empfehlung, dass... Da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen oder Gespräche darüber, von... Ja, ich lebe die ganze Zeit schon in der Blase, warum wird mir der und der Kanal nicht vorgeschlagen und so, da kommen ja immer die spannendsten Geschichten zusammen. Das höre ich auch oft noch so. Hey, ich bin total der Raumfahrt-Fan und warum wird Senkrecht Start mir jetzt erst vorgeschlagen? Ja, Algorithmus. Ja, Algorithmus. Aber auf jeden Fall seine Geschichte, er hatte dich dann entdeckt und das war Watch Starlink LA6 Launch With Me. Kann ich mich gut daran erinnern. Und er ist dann mit seiner... Bist du mit der Handykamera rausgegangen oder so? Ja. Ja, und dann hast du gesagt, so this is outside Germany. Und er so, was? Und er war da auf jeden Fall total fasziniert, von wegen, dass du halt Deutsch sprichst, weil er hatte da vorher dich schon mehrfach gesehen und dachte, der spricht sehr gutes Englisch, ist da ein bisschen Akzent drin und so? Und dann war ihm klar, okay, er ist Deutscher. Und er war da total fasziniert von. Und er hat im Prinzip verpasst, in den Himmel zu gucken. Und weil er so irgendwie gebannt war... Nein, ehrlich gesagt, das tut mir leid. Er hat es total verpasst. Ja, da wären irgendwie auch noch deine Frau und deine Tochter irgendwie im Hintergrund gehören zu gewesen. Genau. Das war ein tolles Ding. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich bin dann mit dem kleinen Gimbal-Stabilisierer von der Licht tatsächlich auch hier. Das Teil ist auch klasse. Kann ich dir auch, das ist der nächste Tipp, das ist ein Osmo Mobile 2, glaube ich, oder sowas. Das Teil ist toll, weil es kostet 80 Euro und es bietet dir fast eine Hollywood-Qualität, wenn du mit dem Ding richtig umgehen kannst. Du packst dein Handy da rein. Wenn du ein ordentliches Handy hast mit einer schönen Kamera, kannst du das hier in dieses DJ Osmo reintun und damit durch die Gegend laufen. Und wenn du das ein bisschen beherrschst und dich ein bisschen einliest und dir ein bisschen anschaust, wie dieses Ding funktioniert, kannst du ganz großartige Aufnahmen damit machen. Das ist faszinierend. Ich habe damit das Atlantis Space Shuttle am Kennedy Space Center gefilmt und die Saturn 5. Und das sind Aufnahmen, die könntest du bei Discovery bringen. Die habe ich mit dem Handy gefilmt. Also das auf kleinem Budget. Es gibt immer eine Lösung, auch mit kleinem Budget. Also zu sagen, ich habe kein Geld, ist immer falsch. Man kann auch mit wenig Geld was erreichen auf YouTube. Und mit dem Ding bin ich in den Garten gelaufen. Ich habe von hier aus natürlich gestreamt, vom Studio aus. Und ich wusste, ich habe im Vorfeld recherchiert, dieser Starlink-Train wird direkt über mein Haus drüber gehen. Also im Zenit, oben drüber. Und dann habe ich das recherchiert, wann der hier ist, zu welchem Zeitpunkt der hier sichtbar ist und bin dann mit dem, mit den 3000 Zuschauern an der Hand, mit dem Osmo-Gimbal an der Hand, mit den 3000 Leuten durchs Haus gelaufen und in den Garten. Und ich habe ja ein Wireless-Mikrofon hier, womit ich normalerweise meine Episoden aufnehme. Das ist dieses Ding. Das kann ich auch sehr empfehlen. Es ist günstig und gut. Das ist wichtig für den, für den, für den anfangenden YouTuber. Das ist ein Road, wie heißt das Ding? Road Made in Australia heißt es. Das ist ein Road to go. Road, go, Road something, irgendwas mit go. Ich werde es finden. Genau. Steht auch leider nichts unten drunter. Das Teil ist toll und das habe ich mir an den Gürtel gepackt und das hat 15 bis 20 Meter Reichweite selbst durch eine Hauswand durch. Das Teil ist wirklich gut. Und damit bin ich unten in den Garten und habe dann den Leuten acht Minuten nach dem Start in Florida in Deutschland den Starlink-Train gezeigt am Himmel. Und die waren Feuer und Flamme und ich war es auch und das war eine tolle Sache. Das hat sehr Spaß gemacht, absolut. Apo, Geld für Equipment, und vielen, vielen Dank, Alex, für den großzügigen Superchat. Die Superchats heute, die gehen alle rüber zu Felix an seine Umzugskasse. Ja, vielen, vielen Dank. Das muss aber eigentlich gar nicht sein. Das hast du auch nicht abgesprochen mit mir. Das musst du nicht tun. Du brauchst das Geld genauso gut wie ich. Wir sitzen alle im gleichen Boot, Mensch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich da in dem Boot mitziehst. Und ja, du warst, also dieser Kanal, der hat sehr, sehr von dir profitiert und super cool, dass du mit mir da war. Hatte ich gerade die tausend Abonnenten geknackt, bist du hergekommen und da hatte ich noch den Jebediah, den Luftballon von den tausend Abonnenten da. Und ja, und jetzt sind, keine Ahnung, drei Monate später bin ich bei 6.000 und da hattest du einen großen Anteil dabei. Ach, nein, nein, nein. Es gibt einen Grund, warum ich beim ersten Mal hier rüber gekommen bin. Ich habe das damals schon sehr gemocht, was du hier machst. Und von daher, wer gute Arbeit macht, der findet auch Leute, die mithelfen. Du machst das ganz toll. Danke. Weiter so. Danke. Auf die 10.000, weiter ist es nicht mehr. Ja, wacht mal ab. Irgendwann kommt die 100.000 und dann kriegst du dieses Ding da. Das kriegst du dann. Mit Schreibfehler. Mit Schreibfehler. Der liegt auch hier noch. Ich habe ihn immer noch nicht verlost. Ich muss es mal dringend mal angehen. Enias sagt, du sollst in Florida Achterbahn fahren. Der ist Achterbahn-Nerd und er sagt von wegen Florida kann man das wohl gut. Das mache ich. Ich habe sonst immer mit der ganzen Familie, wir sind ja in der Nähe des Rheinlandes zumindest. Wir haben immer Jahreskarten im Phantasialand. Ich bin ein riesen Fan von Achterbahnen. Und das werden wir machen. Ich bin auch schon zigmal in den USA Achterbahnen gefahren. Carol Wins zum Beispiel ist genau zwischen North und South Carolina. Six Flags oben in Indiana bin ich mal gewesen. Also mache ich. Danke. Und Dirk Weindel drückt dir alle, alle Daumen und der Familie und freut sich, was du da machst. Und ja, dann sagt Felix vor Präsident, wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Rheinland-Pfälzer groß durchstartet. Danke sehr. Ja, ich würde sagen, wir sind so über die Stunde schon eigentlich drüber. Es gibt noch viele andere Fragen und ich dachte, es wäre vielleicht eine coole Aktion, wenn wir nochmal auf den Discord gehen und in der Lounge vielleicht mal ein bisschen abhängen und die Leute die Fragen dir auch direkt stellen können. Felix, wenn du dafür noch Lust hast, cool. Ja, also für die, die noch nicht auf dem Discord sind, der Link ist unter dem Video. Kommt gerne vorbei, stellt die Fragen direkt an Felix. Je nachdem, wie viele ihr seid, kann es sein, dass die Mods erstmal eure Mikros muten und euch dann an die Reihe nehmen und so, damit das irgendwie nicht zu viel wird oder so. Aber ich glaube, es wäre eine coole Sache, wenn ihr irgendwie nochmal mit Felix direkt sprechen könnt. Ja, wir haben das mit dem Bier trinken wegen Corona ja immer noch nicht geschafft. Was magst du eigentlich für deutsches Bier? Also, Bitburg bei dir in der Nähe. Ich bin ein riesen Fan von Kölsch. Ich habe sehr lange im Rheinland gelebt und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, gerade bei den Deutschen, die dann sagen, ah, Kölsch, das ist doch kein Bier, das ist ja dieses Zeug. Ich mag es, ich mag es sehr gerne, aber ich mag es sowieso, ich habe einen sehr breit gefächerten Geschmack. Also ich trinke auch mal ein Weißbier oder Chiemseer. Das ist ein bayerisches Bier, das sehr, sehr lecker ist. Da gibt es überall was. Im Schaumburger Land oben gibt es ein Bier, das heißt Ruppbräu. Das ist so eine ganz, ganz kleine Familienbrauerei, auch ein sehr guter Tropfen. Also, wir werden schon was finden. Also ich hoffe es, Mann. Ich hoffe es. Ich bin echt wirklich inzwischen, und das teilen wir wahrscheinlich alle momentan, so ein bisschen ziemlich satt mit Pandemien. Und ich hoffe einfach nur, dass das bald aufhört. Das ist also wirklich nicht gut. Ja, ich werde dann anstatt Exportbier, werde ich Bier in den Koffer packen und mal nach Florida rüber düsen und dir dann deutsches Bier mitbringen. Und dann trinken wir da in der Start. Sehr gerne. Das machen wir sowieso. Das machen wir. Sehr gerne. Ja, cool. Ja, um das hier rund abzuschicken, wir sind gleich dann noch auf dem Discord. Aber ja, vielen, vielen Dank, Felix, dass du vorbeigekommen bist. Und ja, vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch Raumfahrttechnik interessieren sollte, dann könnt ihr und den Kanal so noch nicht kennt, abonniert den Kanal. Ich mache jeden Montag eine meistens Raumfahrttechnik-Folge. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Und ja, bis dahin immer schön senkrecht bleiben. Und vielleicht gleich auf dem Discord. Und ja, bis dahin immer schön.